hier wie ihr sicherlich wisst war ich gerade eben noch im gym mit jill und sei und da habe ich mit jetzt ich habe mit jill trainiert nicht mit sein und ich habe mir auch am anfang immer hat mir gerade hat mir gesagt ja hey da kommt jemand ziemlich krasser typ hat 65er kurzhanteln schrägbank weggedrückt so mal locker ich bin facebook mal kurz angeguckt road to glory jill und dann gibt es auch road to glory sei solltet ihr euch mal aus checken in facebook eingeben und natürlich ein like da lassen leute und ich habe erst geguckt nach mir ja hey so krass sieht ja ich gar nicht aus ich dachte erst ja das hier um den rumpf ist mir zu breit arme hat der krasse der brust hatte kraft aber auf den fotos kam es nicht so rüber ich habe mir auch nicht so viele angeguckt aber ich habe mir erst so 56 angeguckt habe ich gedacht ja schon gut aber jetzt nichts außergewöhnliches und dann war ich gerade beim trainieren habe ich gemerkt 65er kurzhanteln ist schon der hausnummer ja habe ich gerade mit dem bus trainiert und ich muss ganz ehrlich gestehen ich habe mir auch den einen oder anderen tipp abgeholt für die brust also für die brust ist der absolute chef arm hat er auch krasse und ich finde die masse die auch am start hat bei der größe ist auch relativ groß 1 82 1 81 ist es echt außergewöhnlich auf 92 93 kilo richtig stark richtig groß auch und die masse kommt leider auf den bildern nicht so krass rüber die definition dann hängt halt immer vom licht ab das kennt ihr auch wenn ich jetzt hier meinen bauch zeigen würde sieht es viel schlimmer aus als in perfekt im studio licht aber was jetzt davon abgesehen menschlichen super super netter kerl ich konnte super mit ihm trainieren wir haben viel gelacht beim training hatten viel spaß und dasselbe werdet ihr auch in seinen videos sehen abonniert ihn road to glory jill und sei in youtube eingeben hier wird jetzt noch mal verlinkt und dann zieht euch die kollegen mal rein abonniert und schaut die videos ja wir sehen uns bis dahin leute abonniert 1 2 3 feuer auf das war es mit dem haushilm weiter hoch 1 2 2 hab ihn sehr schön komm sehr schön jetzt komm digga komm Digger komm KOMM NICE WUH Na ja man Na ja und ehrlich Eben beim raushilfen hab ich's gesehen Er macht vorher mit 5 Kilo mehr Ja, beim Rausheben hat er eine Krafteinbuße gemacht. Extrem, ja. Das hat mir gerade so den Satz ruiniert, dass ich beim ersten unsauber. Ich kann euch erklären, warum. Eigentlich bin ich ein Master am Rausheben. Das Ding wippt, aber mit. Schaut mal. Hier, das hier, und das hat es mir versaut. Ich bin harte Gründe gewohnt. Ich mache das immer hier. Das hier ist natürlich auf perfekter Höhe. Aber dann beim Rausdrücken, wenn du hier noch mal 110 Kilo drauf hast auf den Beinen, die Last, gibt es halt extrem. Ich kann mich aus dieser Position heraus. Ja, das ist gut. Leute, ich bin auf dem Weg ins Training. Wie ihr wisst, bin ich ja nicht so der große Freund von Supplements, beziehungsweise brauche ich sie noch nicht. Aber ich habe etwas gefunden, was 100% Natur ist, von einem Arzt entwickelt. Ich selber will ja auch Medizin studieren. Habe mir das Ganze mal durchgelesen, auch die Inhaltsstoffe. Also versichere ich euch 100% Natur. Und das allerbeste ist, es hat nur 19,9 Kalorien. Ja, das ist gar nichts. Also man kann unbesorgt jeden Tag eins davon trinken. Das habe ich jetzt auch langsam angefangen.